YouTube wird... Es ist mal Zeit für ein Update. YouTube habe ich, sag ich mal, 2023 irgendwann wieder für mich entdeckt. Instagram lief nicht so. Die Videos, die ich teilweise produziere, passen überhaupt nicht auf Instagram. Demzufolge habe ich dann jetzt über 2023, 2024 ein bisschen testweise versucht, wie sehr mir YouTube Spaß macht. Das macht mittlerweile mehr Spaß als Instagram. Deswegen, YouTube wird weiter ausgebaut. Was heißt das nun im Umfang? Es gibt auf jeden Fall deutlich mehr Abwechslung in Zukunft. Es wird mehr Content kommen, geplant sind, Challenges, ein bisschen Vlog, ein bisschen Unboxing, ein bisschen Testreviews von meinem Equipment, was ich selber nutze. Mehr Behind-the-Scenes, mehr Querformat-Projekte geben, die, sag ich mal, für Kunden sind oder freie Projekte. Auch Hochformat-Projekte, die, sag ich mal, beim Kunden auf den Social-Media-Kanälen laufen, aber, sag mal, jetzt bei meinem Feed vielleicht nicht so unbedingt den perfekten Sinn machen auf Instagram. Es ist auf jeden Fall sicherlich für jeden was dabei. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf die ganze Sache. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr vielleicht noch sehen wollt, was ich vielleicht jetzt nicht ganz so auf dem Schirm habe, denn es wird in Zukunft noch ein weiteres Infovideo folgen. Ich freue mich auf die zukünftigen Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre.